Willkommen bei einem neuen Kochvlog bei UrLive. Yes, was habe ich heute vor? Ich habe heute vor, also ich muss dazu sagen, kurz, ich bin gerade in einer, sage ich mal, zunehmend Phase. Ich will es nicht Massephase nennen, weil ich achte schon noch ein bisschen drauf, dass der Sixer natürlich bleibt und dass alles schon natürlich ist. Aber ich möchte ein bisschen zunehmen. Und deswegen stelle ich euch kurz das heutige Gericht vor. Ich nenne es Frutti de Mare a la Uro. So, yes, 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 so sieht es aus. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier 270 Gramm Frutti de Mare. Einfach Eiweiß, direkt, braucht man nicht mehr zu sagen. 100 bis 150, je nachdem 200, wie viel ihr möchtet, einfach so Tomatenmark. Genau, das tue ich für den Geschmack rein. Und hier ist auch schon was am Start, und zwar, wir haben hier Champignons, Zucchini. Ihr könnt wirklich, Gemüse könnt ihr nehmen, welches ihr wollt, welches euch schmeckt. Das bleibt euch überlassen, liebe Freunde. Und hier habe ich noch ein paar Champignons. Genau, kommen wir weiter. Lauchzwiebeln. Ich persönlich, ich liebe Lauchzwiebeln. Gibt einfach einen guten Geschmack. Und genau, normale Zwiebeln haben wir hier auch noch. Eine halbe habe ich hier genommen. Ihr könnt natürlich, die Menge bleibt euch überlassen. Ganz ehrlich, so Gemüsemenge und so, bleibt euch überlassen. Was nicht fehlen darf, das hier. Sorgt für guten Mundgeruch, auf jeden Fall. Knoblauch, ihr wisst ganz klar, ich bin einer, ich esse sehr gerne Knoblauch. Deswegen darf es nicht fehlen. Und was natürlich auch nicht fehlen kann, ist Brokkoli. Darf nicht fehlen, Brokkoli. Schreibt mal, ich habe so einen Tick, Leute. Ich muss die ganze Zeit meine Hände waschen, wenn ich irgendwas an Gemüse angefasst habe. Oder beim Kochen und dann das etwas anderes anfassen will. Schreibt mal in die Kommentare, ich würde es gerne wissen. Hat jemand von euch auch so einen Tick? Ich habe keine Ahnung, aber wieso das so ist. Ja, ist einfach wahrscheinlich die Hygiene oder ist einfach, ist einfach ein Tick. Ist einfach crazy. Auf jeden Fall, schreibt mal unten in den Kommentaren, ob ich eine Art Nährwert-Video für euch machen soll. Das heißt, Nährwert-Video einfach, welches Gemüse, welche Nährwerte hat, was generell einfach Lebensmittel für Nährwerte hat. Schreibt mir mal unten in den Kommentaren und let's go. Dann machen wir das. Yes, jetzt geht es weiter. Und zwar, ich brate immer mit Kokosöl. Ich nehme immer zum Braten Kokosöl her. Natürlich geht auch damit sparsam um, weil Kokos, auch Kokosöl ist fettig. Es sind zwar gute Fette, aber es ist auch ziemlich fettig. Deswegen geht sparsam damit um. Und was haben wir hier noch? Genau, Basmati-Reis 50 bis 100, 150. Kommt drauf an, was ihr gerade vorhabt. Okay, das wird euch überlassen. Basmati-Reis kann ich empfehlen. Ihr könnt auch Vollkorn-Reis nehmen. Ich bin gerade auf Basmati. Basmati-Film einfach. Deswegen machen wir das so. Let's go. Ja, was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Schau mal. Das ist der Gratin-Light-Käse und Frischkäse-Light. Ihr müsst nicht Light nehmen, aber mein Gott, ich weiß nicht. Der schmeckt mir einfach und ich spare mir einfach ein bisschen Fett und nehme einfach gute Fette, ersetze es einfach beziehungsweise habe dann mehr Platz für andere Fette, für andere bessere Fette. Ich glaube, so das war's. Hey, wohin? Zurück hier geblieben. Wir machen jetzt weiter. Let's go. Also Leute, das Ganze bratet jetzt schon. Ihr lasst das alles einfach braten. Einfach klein schneiden. Hier sind auch die Lauchzwiebel. Ich lasse die Lauchzwiebel immer bis zum Schluss, weil wenn die zu viel braten, finde ich, geht zu viel Geschmack verloren. Deswegen easy. Ich lasse das immer bis zum Schluss und dann tue ich die Lauchzwiebel rein. Und dann muss alles einfach schön braten. Reis wird aufgekocht und danach geben wir diese Frutidermare rein, ein bisschen Tomatensauce und dann Knoblauch und Lauchzwiebel. Also ich nehme die Schale und zwar, ich presse die Knoblauchzehen immer ein kleiner Tipp, so ein bisschen zusammen, bis es knackt und wenn es knackt, dann geht die Schale ganz leicht auf. Den Tipp habe ich von Mama. Mama an dieser Stelle, vielen Dank. Und da geht die Schale auch ganz cool weg. Und falls ihr Fragen habt, so mit dem Timing, wie ihr was kochen müsst und so, schaut, dass ihr den Reis, so wenn ihr wisst, kurz davor kocht, weil der Reis braucht ungefähr 5-10 Minuten. Ich habe jetzt zwar einen Reiskocher, aber der ist so groß, den nehme ich nur her, wenn ich wirklich mehr Reis koche. Natürlich nicht vergessen, das Gemüse immer zu waschen, Leute. Und eure Hände desinfizieren, eure Hände waschen. Ihr wisst Bescheid. So, let's go. Knoblauchzehen sind fertig. So. Schau mal, dass das hier ein bisschen, die Frutti de Mare ein bisschen schneller wird. Yes. Brokkoli warten auch schon, die wollen ins Gericht rein. Jetzt fange ich langsam an, den Reis zu kochen. Und wenn ihr den Reis kocht, bitte bleibt da. Also schaut, schaut wie, wann der Reis dann fertig ist und so weiter. Kokosöl brauche ich nicht mehr. Yes. Leute, kleiner Tipp von mir. Beim Brokkoli, ich schneide dieses, den harten, also den Stängel. Scheiße. Shit. Also nicht zweideutig denken, ja? Gehört. Ich schneide auf jeden Fall das Hart von Brokkoli. schon mal in Scheiben hier und tue das schon mal kochen. Weil das dauert, also, es dauert ja länger, bis es kocht. Und das, das vorne, das Weiche, also quasi den Kopf von der Brokkoli, der kommt dann so gegen Schluss rein. Weil er braucht nur ungefähr fünf Minuten zum Kochen. Deswegen, kleiner Tipp von mir, schneide den Stängel in Scheiben und dann rein, dass es schon mal kocht. Und yes. Der muss wieder raus. That's it. So, und jetzt, liebe Leute, die Frage, wie tue ich den Brokkoli rein? Ich mache es mal so, dass der etwas kleiner wird. Einfach zerstückeln. In der Hand einfach zerstückeln. Das geht ganz schnell. Zack, zack, zack. Macht es nicht zu klein. Und einfach rein. Einfach schön rein damit. Es riecht schon sehr nach, nach Kulimare, wollte ich schon sagen. Nach Frutidemare. Und gleich wird es nach Frutidemare a la Uro riechen. Vergiss das nicht, liebe Leute. Let's go. Ich habe mega Hunger, wenn ich ehrlich bin. Merkt man das, dass ich Hunger habe? Ich habe Hunger. So. Ihr könnt natürlich jetzt auch zum Beispiel, dass, wenn ihr auf Low Carb seid, wenn ihr sagt, okay, ich möchte gerade ein bisschen meinen Körper definieren, verzichte gerade ein bisschen auf Kalorien, nicht, ja genau, Kalorien, aber auch noch wichtiger, Kohlenhydrate. Und möchte ein freshen Sixpack bekommen, dann lasst einfach Reis weg. Kleiner Tipp von mir. Oder nehmt sehr wenig Reis. So. That's it, liebe Leute. Sobald der Reis schon ein bisschen festgekocht ist, schaut mal, ich hoffe, man kann es sehen, nehme ich es einfach weg und tu nur noch so, also mach auf jeden Fall auf null, tu die Hitze weg und dann nur noch so ein bisschen umhüllen, ein bisschen kochen, bis ihr den Reis so habt, wie ihr ihn haben wollt. Genau. Und kleiner Tipp, ihr könnt in den Reis noch ein bisschen Kokosöl zum Beispiel mit rein tun, dass ihr ein bisschen Flavor habt. Ihr wisst Flavor. Fresh Flavor, you know, Wulis, man. Grüße an meine Crew, an meine Jungs. Yes, jetzt muss das Ganze braten. Ich tu jetzt gleich Knoblauch mit rein, Tomatensauce, dann nehmt ihr, wenn ihr das Ganze bratet, nehmt ihr die Tomatensauce und einfach schön so viel rein, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, okay, das waren jetzt auf jeden Fall 200 Gramm, bisschen noch, genau, 200 Gramm, genau die Hälfte, vermischt es. So, und jetzt Knoblauch mit dazu. Ihr könnt, wenn ihr wollt, müsst aber nicht. Ich glaube, ich werde es machen, ein bisschen Wasser noch mit rein tun. Mal schauen, und so, so, perfekt. Ein bisschen Wasser, einfach, ich mache das Ganze einfach ein bisschen, damit ich das ein bisschen verdünnen mit dem Tomatenmark und jetzt, liebe Leute, kommen wir zu den Gewürzen. Checkt das mal ab. Ich nehme auf jeden Fall rote Paprika, Pfeffer, schwarzer und jetzt kommt das allerkrasseste, Leute, einmal Rosmarin, liebe Leute, das hier, seht ihr das? Das ist das Schiff. Das ist eine scharfe Paprika. Ich tue sie immer so ein bisschen rein. Ich zeige euch jetzt gleich mal eine. Nur bei denen ganz wichtig, wenn ihr so scharfe Paprika habt, bitte wascht eure Hände ganz gut. Schaut mal, ich zeige es euch mal. Ich tue da mal ganz klein rein. Vorsicht damit, Leute, weil die Dinger brennen. Ich habe mir einmal die Augen damit gewischt, gejuckt aus Versehen. Sagt so, ich hatte echt Schiss. Also davon könnt ihr natürlich auch was rein tun. Ich esse gerne scharf, deswegen tue ich ein bisschen mehr rein. Schaut mal bitte, kann man das sehen? Boah, warte, ich mache es mal Riesen hier. Jo, Jo, Jo. Jetzt haben wir da ein bisschen rote Paprika noch rein. Alles für den Geschmack, liebe Leute. und schwarzen Pfeffer, aber nicht so viel, weil der ist auch noch mal scharf. Okay, und dann das Ganze noch mal vermischen. Und dann haben wir noch Rosemarie rein, wir haben uns voll vergessen. Mal ein bisschen waschen. Und ein bisschen rein, einfach auch noch mal, Rosemarie ist richtig geil, also so für Geschmack Rosemarie richtig lecker. Boah, jetzt habe ich echt Hunger bekommen, liebe Leute. Ich bin ehrlich, ich habe Hunger bekommen. Merkt man es? Boah, der Knoblauch riecht auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ich habe voll Salz vergessen, ich nehme mal Salz direkt, ein bisschen so, je nachdem. Leute, übrigens, in dem Gericht könnt ihr auch Tofu mit reinhauen, dann habt ihr noch mal richtig gute Fette und noch mal zusätzlich viel Eiweiß. Ich habe Tofu gerade nicht da, deswegen habe ich jetzt ohne Tofu gemacht, aber ja, das war es jetzt. Ich werde das Ganze noch herrichten und dann sehen wir uns gleich. So sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist, liebe Leute. Yes, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Schreibt mir gerne Feedbacks in die Kommentare und wenn ihr noch nicht abonniert habt, please macht das. Subscribe, drückt auf die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Gerichte verpasst von mir und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr, sehr freuen. Die Nährwerte werde ich unten mit dazu schreiben und yes, that's it. Das war es von ULive. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Peace.